Halt euch! Vorsicht! Ja du musst da! Mach auf! Ich häng fest! Ich häng fest! Achtung! Boah was jetzt? Was jetzt? Wollen wir nicht? Auf jeden Fall gleich noch mal runter gehen Vielleicht können wir reloaden Und nun? Ich geh noch mal runter Ja mach mal kurz Wegen wie Waffen nachladen Warte ich komm mit Ich komm damit nachladen Ja Guck mal jetzt habe ich das Habe ich das auch Was? Was hast du? Was hast du? Das hier Mit Zielen Ja Ja weil du bestimmt die Waffe nochmal gewechselt hattest So So müssen wir dann lang? Weiß das nicht Hat er nicht was gesagt? Ich habe das nicht gehört Oh Oh Ich weiß wo wir lang müssen Wo? Dahinten Oh Okay Na komm Autsch Das hat weh Jetzt mal Knochen brechen hier Okay ich habe ein Scharfschützengewehr Das ist auf jeden Fall gut Ich habe ein Und gutes Gefühl gerade dabei Tröste dich nicht nur du Besonders bei dem Sound jetzt Flashlight aus Soll ich die holen? Ja mach Geh zurück Jawoll Schön von hinten schön Augen gesnipert Oh hinter uns hinter uns Ja jetzt kommen wir von hinten Ja lad nach lad nach lad nach lad nach Meine braucht ganz viel zu lange zum nachladen Aber dafür kannst du richtig durchzimmer mit deiner Ja Ja aber Ja Geht gleich noch ein Schuss hintereinander Ne Bleib bei mir Tröstelein Mein Wunsch Träuchschutz Ach guck mal da Wir da haben Wo denn Achso ich kann nicht Ich kann nicht von Weiß schon tot Von erledigt Ich weiß ich Kill die ja jetzt schon von Weitem Boah 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 Kotzbombe Warte mal Hat die einer aufgenommen die Kotzbombe? Ich hab sie da hingeschmissen Jawoll Und auch irgendwie doch da hin Hinter uns Ja Alter Die rennen alle da hin Die rennen alle da hin Die rennen alle da hin Ja ist doch besser so und dann Und dann drauf ballern Du musst drauf ballern Da passiert nichts Die laufen nur da hin Ja aber wenn Wenn du nachgeht ist das Dauert ja das immer ein bisschen Hast du keine Zweitwaffe mit? Doch Ich wechsle nicht so schnell genug Ich mach da einfach Kuh Jawoll Erstmal hier nachladen Hier drin ist Shotgun für dich Deine Aber ohne Visier Egal Und Laser pointer So Heiser gewesen Centros Ja genau Nimm du erstmal die Gaspulle mit Da kommt was Ach toll Hinter dir Wow Ja Ja genau Nicht auf das Auto schießen Ja genau Nicht auf das Auto schießen Wieso? Deswegen Deswegen Lade nach Bapapapa Bapapapa Ja Genau Die drehen sich erstmal an Und schießen Und schießen Zu dir die ganze Zeit Ja weil ich hier in der Ecke stehe Deswegen Niemals auf Auto schießen Boy Wow Smoker Exakt Oh Einmal die Zombiespiele Wo spielen wir eigentlich sowas? Wieso nicht Wieso nicht Langeweile Wir spielen viel zu viel zusammen Ja ehrlich? Nein Einkaufszentrum Oder? Kapellz Oder ist das ne Kirche? Da kann ja viel los sein Ah Safe Womb Ja Safe Womb Geschafft? Ja Yay Geschafft Boah nächstes Level geschafft Unglaublich Boah Ach komm Was denn? Och Oh Okay Ja 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 Ich sag der nichts zu Nö Fortsch auch nicht Was kommt noch? Knatsch 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 Yay Bitchjäger Äh ist bei mir noch nicht angezeigt Bei mir leckt das irgendwie wieder Weiß ich auch nicht warum Ladevorgang Ach guck mal Ich heil mich jetzt erstmal alter war das ratten leck ja kannst du schon was machen ich kann nichts machen jetzt kann ich auch was machen das ist auf jeden fall meine wieder hier dann haben wie lange haben wir denn jetzt drei haben wir angefangen 48 minuten das ist mein medipack ihr habt alle vorher abgesahnt hab noch eins dabei wieso nicht dass wir noch durchmetzeln ja was weg geht so meinetwegen mir ist das egal genau öffne erstmal die ford ist klar ja kommt doch her bombe da vorne mitnehmen alle so auf ein zombie drauf na was kommt denn da ach komm mal da hinten weggeflogen ja kommt mal schön von hinten im ist sicher ich sniper die ganze zeit schon auch da kommen wieder welche wir müssen nach oben ne habe ich ja richtig lust zu wo ist ein hunter ja war kotze alles geile ist wenn ich noch nicht ganz nachgeladen habe kann ich trotzdem schießen ja weil wir sind immer noch hier unten ja ich bin hier oben barm barm alles geil einmal nachgeladen kann ich gleich wieder schießen ja weil er nur eine funktion drin braucht sagt ja ja alle erstmal drauf ja aber ich habe getroffen wie lange ich kann nicht nur wenn ich eigentlich vor also nicht weil du die shotgun aus darum vielleicht ja ihr haut wird mir trotzdem meine gegner weg alle ja komm lass mich los du bist deswegen ist direkt zu die weiteren nämlich schon mal ins ziel ins wie sie immer ja ouch ja danke wie du auch nicht sind jetzt schon wieder boah ey ja ich wurde weggeräumt immer wieder das so charger bestimmt ja ja der wird mal über drauf rum springen ja ich sehe es gerade ja toll was denn komm aus da bringt einer treff ihn nicht runter ja meinetwegen ich weiß nicht was rochelle und nick machen war man seite runter gegangen sind ich glaube ich sollte mir nach eine kleine doppelte wach holen mit der satie gerammt das schön aber uns das schön aber nur acht schüsse was denn heute nicht vielleicht so was da da oben kommen wieder ja ich muss ja eben was ja schon wieder ein sniper gewährung ist der munition schon geguckt ein punkt sagt ein punkt sagt bevor du bist getroffen hat alte schon in charge gett gekillt bin doch ich habe nur keine muni mehr stirbt alter zombie erstmal so rinaldin reingekippt das kam mir die packt mehr doch die schüsse werden immer leiser wenn dem adrenalin genommen was bei mir sind die verleise abgestumpft jetzt geht es besser kommt du schiebst auf mich weil ich gerade noch am heil ja ja wie raus darf die sterben da wo muss man lagen du noch auf jene ja oder aber da kann man so wieder paar zombies ja hier lang komm rein ganz die türen schließen ja noch ein lauf 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 die können ja offen machen wo müssen wir lang herrentoilette ich muss eine runde strölen wo ich muss was mich durch hallo können sie bitte beim pinkel die tür zu machen wo ich sehe kaum was mit dem licht und ich auch nicht sehr voll nervig probleme ja oder von frauenklo wir können hier nicht weiter auf frauenklo ist mir die pack bei mir mein geber mit du musst wieder voll und durch die türen durch aber erstmalig wählen ja mach mal ich du mal gar nicht ein glatt machen hat man nicht gerade geheilt das komme ich besser gewesen ich glaube ich habe ich habe nicht tabletten gegeben ja ich weiß oder mir auszugeben kann natürlich auch sein ein hunter wir müssen hier lang ja ich glaube auch du holst aber auch alle an dich ran oder ja eigentlich schon müssen wir hier müssen nach oben boah ja boomer der ist immer kaputt gegangen nice wow ich renne einfach mal nach oben und alles voller gegner was auch nur die desert eagle ich habe keine munition mehr ja weil du immer sofort deine maschinen gar nicht mal kaputt gemacht hast wo ich so losgeballert habe mache ich gerne das ist das problem geld 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 wie in dieser heutigen zeit brauchen wir kein geld mehr frechheit telefon können wir auch nicht benutzen hier doch guck mal da vor hier fröhliche weihnachten ja jetzt geht es um 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 ja jetzt geht es um